Komm, wir fahren hier runter. Nee! Nein! Ey, Betty, du hast da noch irgendwas hinten dran bei dir. Was denn? Ah, nee, doch, nee. Der war eh so ein Kleinteil, war da noch. Dann will ich nicht mehr auf dieser Welt leben. Tschüss! Noll. Warum ist das dann nochmal explodiert? Hat der Thomas ja was hochgeworfen? Nein. Nein. Was willst du eigentlich von mir? Was willst du eigentlich von mir hier? Ich mach mal gleich direkt mich beschulden. Okay, womit fahr ich denn? Ist hier denn noch einer? Da geht's durch! Irgendwo müsste da noch der eine ohne Tür stehen. Thomas ist hier lang. So. Ja, hier steht einer ohne Tür. Kann ich dein Heck auch ankoppeln? Warum willst du denn da hoch? Weil hier die Straße ist. Oh, jetzt muss ich ihn auch da hochquellen. Es geht an sich ganz easy. Ja, mega easy. And then you meet me halfway. Also jetzt. Ich muss erst mal wieder schön einen Roadtrip machen. Hä? Du hast mich nicht angekoppelt. Du musst hoch machen. Wenn du angekoppelt hast. Glaub ich doch. Hör doch mal gerade hier hinten dran. Aber jetzt. Go. Ah, guck mal. Wir blinken fast synchron, Berti. Du siehst den Scheißdreck. Der ist wieder in seiner eigenen Welt. So wie ich manchmal. Berti, gib mal Gas. Was? Ah, ein bisschen schneller wird's ja. Aber nicht wirklich viel. Leute, warum steht hier einfach so einer rum? Ach, das ist der, den Berti da vorhin verloren hat, wa? Wow, Alter, überholt er mich auch mal? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Das kann das Überholmanöver, oder was? Aus Windschatten draus. Aus Windschatten draus, genau. Irgendwie geht die Haken nicht mehr. Diese Kacke. Ich demolier den. Bam, bis in die Schnauze. So, los. Nee, Mann. Bam, so. Richtig reinprügeln muss man in das Auto. Funktioniert, abschleppen. Richtig, kaboom. Ja, wisst ihr nicht, diese, diese Enterhaken, die man in den Film übersieht, damit die Gebäude hochklettern, ne? Ja, diese vier Dinger. Ja, oder drei Haken. Wir kommen normalerweise von den Abschleppwagen. Eigentlich schon, ne? Das ist die Erfindung, da kommt die her. Die haben sich dann halt, ja genau, standen davor, haben auf den Motor gezielt und dann POTZ! Reingeballert und dann ist los. Irgendwer hat sich überlegt, hey, das kann ich ja auch nehmen, um Gebäude hoch- und runterzuklettern. Ja, genau. Aber eigentlich kommt das von den Abschleppwagen. Jetzt ist das wieder. Ja, jetzt weiß ich. Ich habe wieder was gelernt. Danke, Thomas. Für diese Info. Du bist so weiß. Du bist so weiß. What? Von dem Weißer war das eh. Bei mir haben wir vom Berti abgeschnitten. Ja, das ist echt so. Ja, du bist so weiß, wo wir waren. Ja. Oh mein Gott. Dann hat mein Mikrofon das wohl verschluckt. Assist-Miko. Ja, das ist echt so. Puh, ich habe ja eine Maus gekauft. Die muss ich gleich noch ausprobieren. Was ist das für eine? Eine weiße. Uh, für den weißen Mann, wa? Mit Orange. Ja, aber ich wollte halt, ich habe meine andere, habe ich zu Hause vergessen. Und ja, weil ich ja eh jetzt zwei Dinge habe, den kleinen auch. Dann habe ich gedacht, dann hole ich mir eben noch eine. Oh, den muss ich die nächste Mal, wenn ich wieder zu Hause bin, mitnehmen. Die andere. Wo seid ihr gerade? Auf der Autobahn. Ja, ich bin auch. Kurz vor der Sprung, Schanze. Können wir das schaffen? Ja. Bis Gas geben, Berti. Da seid ihr. Hallo. Gas geben. Warum überholst du sie jetzt? Ich bin nicht mehr bei dir angekoppelt. So, aber bist du die ganze Zeit mal so hinter mir hergefahren, oder was? Das wäre so einfach lustig, ey. Da wäre der aber echt perfekt hinter mir. Oh. Das klappt ja nicht mal ansatzweise. Dann müssen wir den Luli-Weg nehmen. Weißt du, der Anfang sah echt so vielverschreckend aus. Und dann kam der Sprung. Das war wie ein Ops. Ja, also das war so. Euch, der Schiss in der Buchs war das. Na komm hier, du faule Sau. BAM! Du bist angekoppelt, habe ich dich. Ja. Du gehst hier lang. Als ich wieder Gas gegeben habe, da ist er abgegangen. Also ich darf kein Gas geben. Ja, dann lass das. Wir hatten dieses scheiß Gas geben dir in der Zeit erzählt. Ja, du. Was? Kann ja gar nicht. Berti, Mann. Ich wollte eine Kurve machen. Ja, dann fahr das doch. Einfach. Will ich doch. Jetzt. Der KD macht wieder seine Drehung. Hier hoch. Es geht. Go. Ah! Boah, ist aber auch hier schon tricky auf dem Werk. Ah! No! 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 Nicht wieder runter. Komm mit. Go, Thomas. Go, Thomas. Das geht nicht. Oh, jetzt. Ah! Da hoch, da müssen wir hoch. Da müssen wir hoch. Ja, jetzt geht mal mit Gas. Jetzt kommen wir hier nicht hoch. Ich fühle mich gerade die ganze Zeit schon. Ach so, okay. Seitdem wir wieder fahren, quasi, gebe ich Gas. Ach, machst du ja doch wieder. Ich glaube, du mich verarschen kannst. Da warst du die, denke, ich war jetzt die ganze Zeit immer hierher. Ah. Berti, das bringt nichts. Soll ich jetzt schon reinfahren oder soll ich hier auf euch warten, bis ihr bei mir seid? Wie sollen wir denn da hinkommen? Was wir in dem Tempo weiterfahren, sind wir morgen noch nicht da. Wo seid ihr denn jetzt? Seid ihr da links in den Hügel hochgefahren oder was? Ja. Dann fahren wir zurück auf die Straße und fahren dann mal an diesen Wasserbecken da vorbei. Da geht eine Straße hin. Nein, wir sind am Wasserbecken. Du Noob. Woll. Die ist auch Müre. Steht gleich ein Headshot. Da gibt es ja gleich ein Headshot. Wo bist du denn? Erstmal ausgehoben. Du bist irgendwo da hinten oder was? Wo bist du denn? Ja, bei dem, wo wir sonst immer drüberfahren. Geht ich gar nicht. Ich bin auch noch mega weit weg. Wollt ihr da, fahrt ihr gerade den Berg hoch? Nee, oder? Ja, nee. Geht ja nicht. Berti, siehst du den? Seht den nicht. Siehst du den? Bist du beim falschen Berg? Sonst landet ihr nämlich wieder da in dem Wasserbecken. Ja, ich wollte halt über den Berg hier hoch. Wie sollen wir denn da hinten hinkommen? Bist du irgendwie Schüsse mit? So fertig? Was habe ich? Au! What the fuck? Oh, ich habe Berti. Oh mein Gott, da habe ich jetzt auch gar nicht drüber nachgedacht, ey. Wie kannst du mir denn genau in dem Moment auch am drücken? Ich fahr da jetzt mal. Berti, kommst du dir noch hin, oder? Oh mein Gott, nein. Ansonsten fahr ich da jetzt einmal kurz rein, guck mal, was passiert, und dann laden wir die andere Mission. Oh mein Gott. Ja, wir haben auch nicht mehr lange. Let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin nur hin. Ich bin nur hin, ich fasse es nicht. Also ich bin zumindest mal drin, aber ich habe keine Sterne. Hey, guck mal, Berti, ich kann mir den Auto... Oh, nee. Geh mir hier irgendwas zu tun? Nein. Next Mission, nochmal. Thomas, ich habe gerade halt geschossen, um Dennis zu fragen, siehst du da irgendwo Schüsse? Kriegst du das irgendwie mit? Siehst du da irgendwo Schüsse? Oh mein Gott. Ich wollte, ich wollte ja auch nicht. Ich wollte eigentlich zum Auto gehen. Dann läufst du quasi direkt mir vorhin sein. Hey, ich wollte zum Auto gehen. Ne, also Fortsan-Kudo ist nix. Mach mal die 10 Kills voll. Okay. Aua. Wo hast du das Moppet her, Berti? Das ist gar nicht dein Level, das darfst du gar nicht benutzen. Jawohl. Pew. Wieso hast du mich ausgelöscht? Granate? Außerdem wolltest du mich... ...winden lassen. Das stimmt. Das stimmt. Wobei, erst drücke ich dir rein. What the fuck? Berti steht... Ah, ne. Serial. Boah. Boom. Hallo, du wolltest Berti gewinnen lassen. Du hast doch auch Berti gerade nochmal gekillt. Ja, und da musst du gleich alles, was ich mache, machst du auch, ja? Achso. Ich habe mir gerade einer reingehauen. Mach das jetzt auch. Au. Autos sind explodiert. Alter, Berti, schneller. Do it. Sind die Züge eigentlich noch da bei dir? Bei mir ist einer noch da. Oh, der hat mich kaputt gemacht. Bitch, schlappt, ey. Wo denn? Ich stehe sofort... Da, wo du vorstandest. Wo ich dich gekillt habe. Ey, wie konntest du mich denn dann killen? Ich sehe den wieder nicht. Bei mir steht nur noch links einer. Warte, ich zeige dir, wo. Wo? Wo? Genau. Also, du standst... Ich stehe da jetzt gerade vor. Ich sehe es gerade nicht. Guck mal. Warte, warte mal eben, Berti. Ja. Dann schwebe ich bei dir. Ja. Ey, warte, 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 warte. Moment. Moment, Moment, Moment. Oh. Da ist er. Ja, ich stehe da drauf. Ja, ich stehe da drauf. Wer noch? Du stehst ja jetzt gerade vor. Jetzt bist du drin. Und jetzt... Ja. Warte, warte, warte. Dein Kopf guckt so ein bisschen raus aus dem Boden. Loll. Wieso hast du dir jetzt selbst gekillt? Wer hat die Töte ist? Töte ist! Wie behindert man das denn? Tja, ich wollte einen reindrücken, aber das hat nicht funktioniert. Das sah richtig geil aus, ey. Flocht! Loll, hier liegt sogar noch die Rakete. Ja, ich weiß sie. Habe ich auch gerade gesehen, dass man das fallen lässt. Loll, ich kann die sogar wegschießen. Oh, kacke. Oh, jetzt habe ich sie unterm Zug geschossen. Jetzt kann ich die nicht mehr abschießen. Noob. Boah, Berti brennt. Das sah so geil aus. Gut, dass das Wasser da ist. Burning Man Festival, ey. Boah, Berti sag ich schon. Thomas. Sniped hier. Oh, der war aber ziemlich knapp. Berti, schnell töte mich. Der will mich, der hat mich gemässert. Oh, ich habe Berti gewischt. Ja. Hallo, du, du hast Berti doch gewinnen lassen. Nee, ich weiß. Fand ich immer gerade witzig. Da ist was mit Kopfgeld. Kopfgeld, das sind natürliche Reflexe. Ja, okay, ich wäsche ihn auch. Oh, Thomas. Bullshark Testosteron. Ja, jetzt ist Dennis das wahrscheinlich. Ja, hier. Wir können so ein bisschen Stärke ab hier machen. Aua. Aua, du, ich darfst du. Ich geb dir. Woll, wieso hast du denn jetzt das? Nimm das Messer aus der Hand, du feige Sau. Komm doch her. Komm doch her. Bambi, Junge, damit ich dir mitgegeben. Oh, da kommt Berti. Bist du tot, hä? Ich nicht. Was der letzte war? Der letzte muss cool sein. Oh, ja, der war cool. Der letzte muss cool sein. Der war echt cool. Der war witzig. Der letzte muss cool sein. Bambambambam, der war cool. Hat er wieder 13.000 gekriegt, der Berti? Ja. Was heißt wieder? Hat er jetzt. Dann müssen wir jetzt einmal auf Free Mode gehen. Free Mode, Free Mode, Free Mode. Ich weiß es, wenn da gleich ein Job oder ein Rennen ist, was ich noch nicht habe. Interessiert mich nicht. Don't care. So einfach ist das. War geklärt, Berti? Sehr gut. Oh Gott. War es auch geklärt? Auf Jobsuche. Willkommen zu GTA. Neue Partform. Was war das denn jetzt? Ja, irgendwie so ein angedeuteter Nichtskönner. Ja, das hat sich auch so angehört. Ja, kennt ihr? Kennt ihr nicht? Der Dingsmus-voll-Wölbsen? Ja, kommt nix. Ja. Und dann kommt nur so Dennis raus. Das ist eine völlige Scheiße. Genau. Totaler Bullshit. Also im Vergleich zu dem, was du da vorhin abgeliefert hast, war das jetzt echt gerade Dennis. Ja. Was? Ich habe die Befürchtung, du bist gerade so ein bisschen am... Was? Ich verstehe jetzt nicht. Oh, zweimal Thomas! Thomas! Welcher ist denn jetzt der echte? User in your channel, time down. Ich glaube, der unechte ist gerade rausgegangen. User in your channel. User was kicked from the server. Ist jetzt gerade einfach stumm? Oder ist der was technisches Bein, dass er nicht labern kann? Bin jetzt mal gespannt, ob der jetzt bei mir offline ist. Er ist immer noch online. Dann ist der gut. Hallo. Man, warum hat er sich zurückgemeldet? Hey! Hallo? Ja. Hallo? Oh, mein Gott. Hallo? Was denn? User disconnected from your channel. Ich glaube, das hat das erklärt. Der kommt noch mal wieder. Hey! Endlich. Hast du uns gerade nicht verstanden, oder was? Ich habe nur gehört von dir, hey Betty, und dann habe ich gar nichts mehr gehört. Also wirklich nichts mehr. Nimm mal so keine Rauschen, gar nichts. Dann habe ich alle wieder den Astronaut versucht. Ja, das habe ich gehört, aber das ist voll laut, ey. Ja, hast du mich gehört, aber nichts gesagt? Was bist du für ein Arschloch? Ich habe gesagt, ihr habt die ganze Zeit gelabert, du Mongel. Das habe ich sogar auf Ton, ja? Auf Ton habe ich das. Auf welchem Ton denn? Du hast den Ton, die Tonerde denn eher. Was? Auf Ton hast du das doch gemacht, oder nicht? Ja, natürlich, aus Lehm. Ton. Was ist jetzt? Geht es jetzt weiter, oder was? Ja. Ja, wo denn? Wo denn? Berti? Wo denn? Was? Ah, noch nicht hier eingeschlafen? Nein. Aber fast. Nein, ich liess gerade hier so ein bisschen freshe Nachrichten, wie es so blöd ist, in der letzten Stunde. Ne, 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 sind nicht sehr gehaltvoll. Oh, Berti wurde bei mir jetzt eingeladen. Was ist denn das jetzt hier für eine Dingens eigentlich? Was? Was, 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 was müssen wir da machen? Was, 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 was? Da haben wir jetzt die fetten Jumbo-Jets. Ja, und dann? Toll. Und dann haben wir die, äh, ne, Stuftschiff. Ja, das mach doch mal, dann bleib ich doch mal ein. Ja, ich bin da noch dabei, da hat er aber noch nicht eingeladen. Berti hat eingeladen, aber noch nicht eingenommen. Eingenommen. Du bist so der einnehmende Persönlichkeit. Ja, das stimmt. Jetzt tritt der Berti, äh, das Berti. Ja, ich mach das jetzt manuell. Fucke Jure, du mir nicht einladen willst. Nein, der Retti. Dann drücke ich mich halt in die Party rein. Dann die Lobby. Was müssen wir jetzt machen? Wir können wieder Scheiße bauen. Aber was ich auf jeden Fall, äh, ausprobieren möchte, ist versuchen, aufm, äh, aufm Zeppelin zu stehen und dann damit in die Luft zu fliegen. Also, es ist einer, der fliegt und zweimal, deswegen stehen wir da drauf. Ich kann nicht beitreten. Hab mich aber auch eigentlich schon eingeladen. Okay, Hard Reset. Einmal vom PSN abmelden, wieder abmelden. PSN abmelden. Abmelden, abmelden, abmelden. Es geht nicht, es geht nicht. Es geht nicht. Der will hat nicht. Oh. Ähm. Ja. Äh, ihr meldet euch ja, wenn ich, äh... Ich glaube, die Playstation hat's... Zersägt. ...ge... ...gestört. Ganz zerstört, ja. Ist das Laufwerk explodiert? Die raucht gerade. Oh. Oh, der war jetzt wieder ordentlich. Wie war das noch? 2015 ist nicht Qualitätsoffensive, sondern PietSmiet berührt. PietSmiet berührt. Boah, Alter, ich schmecke gerade noch den Braten, den ich heute Mittag in der Mensa gehabt habe, du. Was für Braten denn? Oh, Glücksbrüche. Braten mit Paprika, Käse überbacken. Dann gab's noch einen Schnitzel dazu und Pommes. Nice. Krass, ne? Gut an. Wie viel hast du bezahlt? 3,90 Euro. Boah, das ist ja gut, ey. Ja, wie ich schon mal gesagt hatte, wir zahlen pro 100 Gramm. Not bad, not bad. Achso, ich muss natürlich aber drücken, wie das hier angeht, ne? Sonst tut sich da nicht so ganz viel. So nach einer halben Stunde, warum funktioniert denn hier nix? Ja, wenn hier am Rauchen war, würde ich mir wirklich Gedanken machen. Jetzt muss ich gleich nochmal synchronisieren. Synchronisen. Bra, 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 bra. Mist, läuft die Aufnahme denn weiter, oder hast du die jetzt extra beendet? Ja, wie denn, wenn die PC aus ist? Ja. Also hat die sich automatisch beendet, oder hast du die jetzt beendet? Ja, die läuft tatsächlich weiter, aber da kann gar nichts bei rumkommen. Ja, dann beende einfach mal. Wie beenden? Was willst du denn? Soll ich jetzt das PC runterfahren, oder was? Na gut, dann mach ich das. Nein! Hä, hast du doch gesagt! Die Aufnahme beenden. Warum? Soll ich jetzt nicht mehr aufnehmen, oder was? Ja doch, und dann startest du die wieder. Boah, das ist kompliziert. Ich muss sowieso gerade die Aufnahme beenden. Weil irgendwie bin ich nicht für den PSN-Gang gemeldet. Anmelden. Vor dir ja alle meinen Super Passwort sehen. Das wäre ja ziemlich unnice. Was? Was? Ach, halt ein lauter Witz. Was?